Haltet euch fest, ich habe heute versucht, YouTube Subway Surfer Rekorde zu brechen und ich werde nicht so viel verraten. Bleibt bis zum Ende dran, Leute. Wir haben bei diesem Video anders rasiert. Let's go in Subway Surfer rein. Okay, Leute, wir sind gerade hier in Subway Surfer drin. Ich habe gerade eine Runde gespielt, aber schon extrem lange nicht mehr. Und hier gibt es ja so viele Sachen. Ich habe Subway Surfer schon vor 8 Jahren oder so gezockt. Aber nun gut, wir können hier erstmal uns Outfits und so holen. Gebt euch mal, Leute, kostenlose Outfits hier. Gönnen wir uns erstmal. Leute, wisst ihr, was cool wäre? Wir holen uns mal das Willkommenspaket für 4,99. Da kriegen wir auf jeden Fall schon mal richtig coole Sachen. Miss Maya, 95.000 Coins, 25 Schlüssel und noch mehr Boards. Alter, wir haben 95.000 Münzen bekommen. Das ist geisteskrank, Leute. 50 Boards. Oh mein Gott, Alter. So, ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir kaufen uns mal hier ein paar Boots oder Vorsprung für den Anfang. Dann nochmal ein paar Hoverboards. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hier können wir nochmal was aufmachen. Und Bronzeauszeichnung. Drei Schlüssel. So, eine Geheimkiste. Machen wir mal eine Geheimkiste auf und wir kriegen einen Schlüssel. Wir hauen natürlich die Jetpack-Verbesserungen hoch, die Magnetverbesserung mal zwei Multiplikatoren. Alter, okay, jetzt haben wir richtig reingehauen. Okay, Leute. Schnell unseren ganzen Boost einsetzen plus unsere ganzen Multiplikatoren. Dann haben wir am Anfang den krassesten Boost. Und dann schauen wir gleich mal, wie viel wir nach den Multiplikatoren und Boosts haben. Und wie viel haben wir? 44.000. Wild. Wild, wild, wild. Wir haben noch richtig viele Hoverboards. Das ist schon mal gut, Leute. Eigentlich sind die Füße oder die Schuhe auch so wichtig, glaube ich. Weil man da halt immer über die Züge draufspringen kann. So, das muss jetzt ein neuer Rekord werden, Leute. Ich will jetzt die 100.000 knacken. Die 100.000 müssen jetzt geknackt werden. Oh nein, unser Hoverboard ist gleich wieder weg. Wir brauchen gleich wieder ein neues. Nice, da ist ein Jetpack. Sehr schön. So, und jetzt erstmal alle Münzen beim Jetpack sammeln. Die sind nämlich ganz wichtig. Oh lol, wir haben 70K. Ich weiß nicht, ob ich alle geschafft habe. Ja, nice, nice, nice. Ich glaube, wir haben richtig viele Münzen eingesammelt gerade, ne? Hä? Was habe ich denn gemacht? Wo habe ich den angehauen? Hm, komisch. Aber irgendwo muss ich angehauen haben. Sonst wäre dieser Polizist nicht hinter uns her gewesen. Leute, wir haben gleich die 100.000 geschafft. Tatsächlich. Wir haben gleich die 100.000. Okay. Hoverboard ist gleich wieder weg. Wir brauchen wieder gleich eins. Die Schuhe sind nämlich sehr, sehr wichtig. So, Hoverboard müsst ihr gleich wieder kommen, sobald es geht. Ja, und da ist auch schon das Hoverboard, Leute. So, okay, wir haben 100.000 erreicht. Wir haben jetzt die 100.000 erreicht. Sehr, sehr gut. Die Schuhe sind wichtiger. Ich muss mich echt auf die Schuhe konzentrieren. Die können uns richtig auf den Popo retten. Ihr wisst schon, was ich damit meinen will. Okay, 111.000. Wir haben auf jeden Fall nochmal die Schuhe am Start. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Hier nochmal runter. So, Schuhe sind jetzt auf jeden Fall schon mal weg. Hoverboard ist noch da. Magnet nehmen wir auch mal mit. Wir brauchen aber wieder ein Hoverboard gleich. Nice one. Und was haben wir hier? Wieder eine Sushi-Box. Ei, ei, ei. Einmal angehauen. Ist aber nicht schlimm. Und nochmal den Magneten, Leute. Also die Runde ist wild. Ich glaube, jetzt haben wir den Dreh echt raus. 131.000 haben wir schon mal. Wir wollen aber noch mehr. Wir wollen noch mehr, Leute. Wir wollen noch mehr. Wir müssen mehr packen. Schon wieder Magnet. Sehr nice. Also gerade gönnt uns Subway-Server auf jeden Fall. Gerade gönnt uns das Game. So, okay. Wir haben jetzt 143.000. Alter. Und es läuft. Es läuft richtig gut, Leute. Mal zwei Multiplikator ist auf jeden Fall da. Und wir haben einen Multiplikator von 34. Können das die 200.000 werden jetzt schon mal? Wir gucken mal, Leute. Nochmal Multiplikator. Ich dreh durch. Wir haben... Was? Ach so. Hat der... Strom sparen. Oh mein Gott. Oh, zum Glück kam Werbung. Äh, äh. Ich meine, zum Glück kam eine Pause. Oh mein Gott. Weil mein Akku gleich leer ist. Der ist. Ich sag gerade, wir haben alles verloren. Leute, die zwei... Oh mein Gott. Können wir nicht mehr als 34 kriegen? Multiplikator. Geht nicht mehr. Obwohl wir nochmal so ein Ding gefunden haben. Multiplikator. Nice. Schuh schon mal. Nochmal hier das einsacken. Okay, wir haben 200.000. Wir haben die 200.000, Leute. Die 200.000 sind schon mal, glaube ich, gleich da. Jawohl, wir haben sie geknackt. Nice. Und wir kriegen jetzt auch noch den Jetpack. Okay, das ist bis jetzt die krasseste Runde, die wir jemals hatten in Subway-Servo, Leute. Ja, was mache ich denn? Warum gehe ich denn da nach links? Ja, stellt euch mal vor, wir schaffen eine Million, ne? Das wäre ja anders wild. Schaltet euch mal vor, wir schaffen eine Million. Das wäre anders wild, Leute. Oh mein Gott, war das knapp? Brauche ich einen Board. Oh, wir haben das Board. Oh mein Gott, ich dachte gerade, dass ich sterbe. Junge, was ist das für eine Runde? Nein, wie kann ich denn gegen das Ding fliegen? Und mal zwei mitnehmen. Und die Schuhe mal mitnehmen. Auch gut. Plus nochmal ein Hoverboard. Ey, die Schuhe sind eigentlich die besten, ne? Ich sage euch ehrlich, die Schuhe sind eigentlich die besten, weil uns kein Zug eigentlich erwischen kann. Das ist halt schon OP, ne? Die Schuhe. Die Mystery Box nehmen wir auch nochmal mit. Alter, Leute, was ist das? 260.000 ist schon mal sehr, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so abgehen werden. Magnet haben wir auch nochmal gerippt. Alter, also, ich sage euch, wie es ist. Ich konzentriere mich gerade halt auch anders, ne? Ich konzentriere mich halt auch gerade übel aufs Game. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal je so konzentriert habe in einem Spiel. 300.000 haben wir gleich, Leute. Das könnte wirklich mal eine beste Runde sein. Ja, safe. Das ist schon mal die beste Runde hier. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ne? Ich bin anders aufgeregt, Leute. Wir können wirklich noch den nächsten Top-Run besiegen. 285k haben wir schon mal. Da ist nochmal nochmal zwei Boost, den ich nicht geschafft habe. Ah, der war gemein, dass ich den nicht bekommen habe. Der war sehr gemein, Leute. Oh mein Gott, nein. Der Zug hat mich leicht erwischt. Nein. Oh mein Gott. Fehler über Fehler gerade. Fehler über Fehler. 300.000 haben wir schon mal geschafft. Und wir finden das nächste Jetpack. Okay. Leute, ich gehe jetzt auf die Millionen. Ich will die Millionen hier haben. Wir wollen die Millionen haben. Wir setzen alles daran, die Millionen zu kriegen. So, ich will auf jeden Fall die Millionen schaffen. Wir probieren es. Wir probieren es. Nichts ist unmöglich, Leute. Immer an euch glauben. Nichts ist unmöglich. Wir müssen uns einfach konzentrieren, schlau spielen. Wichtig, dass wir hier jetzt den Schuh wieder haben. Der ist ganz, ganz wichtig hier. Okay, nice. Von Hoverboard ist weg. Oh, ich dumm Kopf. Ich brauche wieder das Hoverboard. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und wir haben es wieder. So, nice. 340.000 haben wir. Und jetzt haben wir den nächsten Multiplikator. Der ist halt wichtig, ne? So kriegen wir halt noch mehr Münzen. Aber wir gehen jetzt mal hier rechts hoch. Ja, mehr kriegen wir ja nicht. Pogostick nehmen wir mal mit. Komm, 400.000 haben wir gleich. 400.000 haben wir gleich. Oh Gott, das war schlecht von mir. Das war ganz schlecht von mir. Ganz schlecht war das, Leute. Oh mein Gott. Ich dachte gerade wieder, dass ich draufgehe. 400.000 sind gleich da. Ich hätte niemals gedacht, dass wir 400.000 heute noch packen. Klar, wir hatten am Anfang den Boost und so. Gar kein Thema, ne? Aber das ist schon wild. Okay, Leute. 400.000 müssten gleich da sein. So, ich hoffe, dass das Hoverboard mal kommt. Ah, das Hoverboard ist wieder da. 400.000. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen bis zu den Millionen. Aber nichts ist unmöglich. Wieder mal ein Multiplikator von 34. Ey, Leute. Ja, das könnte echt wild sein, ne? Die Runde, die könnte sehr, sehr wild sein. So, zack. Plus noch Magnet. Sehr geil. So, von da kommt ein Zug von da. Da muss man auch immer aufpassen, ne? Ist echt nicht so einfach, teilweise. Und wieder ein Pogo-Stick. So, wir holen gleich mal. Nimmt 250 Münzen auf. Ah, ich lieb das Spiel grad. Wir sind so drin, ey. Bro, wir sind anders drin im Spiel. Leute, wir sind grad richtig krass drin, ne? Es macht grad ultra Spaß. Also, wenn man im Subway-Server anders drin ist, dann bockt sich's halt unnormal. Das ist heftig. Wenn man richtig im Tunnel ist. Oh, die Schuhe waren auch nochmal wichtig. Und da nochmal Multiplikator mitnehmen. Das war jetzt nicht so gut. So, Hoverboard ist wieder da. Wir haben gleich die 500.000. Ist das... Sind das gleich die 500.000? Ich kann's nicht glauben. Wir können gleich die 500.000 erreicht haben. So, nice. 475k. Haben wir jetzt. So, die Sushi-Box... Ah, die Sushi-Box haben wir nicht bekommen. Nochmal Multiplikator. Leute, wir haben gleich vielleicht die 500.000. Auf geht's! Komm schon! Wir haben gleich 493.000. Mystery-Box. 400... 98.000. Und da sind sie die 500.000. Leute, wir haben 500.000 geknackt. Nice. Okay. Pogo-Stick wieder einsacken. Multiplikator. Ja gut, mehr geht ja nicht vom Multiplikator her. Lohnt sich nicht einzusammeln. Boah, Leute. Ehrenmänner und Ehrenfrauen, die bis hierhin geschaut haben. Lasst mal den Like da, wenn ihr bis jetzt noch dabei seid in der Runde. Also das ist schon richtig wild. Bin ich ehrlich mit euch. Also wer so lange mitguckt, aber... Nein! Bro, unser Hoverboard hat uns gerade anders den Popo gerettet, ne? Hätten wir nicht das Hoverboard, wir wären down gewesen. Wir wollen die Millionen. Wir wollen die Millionen. Wir wollen die Millionen, Leute. Die Millionen wollen wir haben. Da ist auch nichts dran rumzurütteln. Hauptsache der Multiplikator. Der ist halt wild. So. Wir haben auch schon 3000 Münzen generell eingesammelt. Nice. Schuhe wieder am Start. Okay, 600.000 müssten wir gleich haben. Oh, ich habe kein Hoverboard, sehe ich gerade. 600.000 sind gleich da. Jetpack ist am Schlüssel. So, Leute. Also wirklich, dass wir jetzt so viel geschafft hätten, hätte ich nicht gedacht. Zack, zack, zack. Wie gesagt, schreibt mir euren Highscore gerne rein. Mich würde das echt mal interessieren. Klar, wenn man viel spielt, dann kriegt man ja mehr Multiplikatoren. 600.000 sind da. 600.000 sind da. 600.000 sind da. Sehr gut. Wir wollen noch immer die Millionen. Da gibt es nichts dran rumzurütteln. Nein. Oh mein Gott, Hoverboard hat uns anders gerettet. Hey, ich dachte, ich kriege den Schuh. Warum habe ich den Schuh nicht bekommen? Ich dachte, ich kriege den, wenn ich da springe. Ey, krass, Leute. Neuer Highscore. 609.000. Wir wollten die Millionen haben. Wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, Leute. Schreibt es gerne in... Lasst einen Like da oder schreibt es gerne in die Kommentare. Ach, Mann. Der Schuh hat uns anders verarscht, ne? Wir haben Tricky bekommen. Dass wir denken, dass wir den Schuh kriegen. Ah, wegen dem Schuh haben wir verloren. Aber gut, Leute. Wir können uns hier nochmal Belohnungen abholen. Zwei Stück. Machen wir natürlich einmal hier die Geheimkiste. Let's go. Dreimal Hoverboards. Abholen hier auch nochmal. Ja, die Booster am Anfang sind halt auch wild, ne? Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war es mit Subway-Server. Mein Rekord 609.000, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall wild. Ne, ich würde es nicht nochmal spielen. Haut da rein. Bis dann. Ich glaube, ich habe den einen oder anderen Rekord gebrochen. Bis dann und ciao, ciao.